hallo hier ist user paul mit dem thema erstarten und er beenden nachdem er nun installiert wurde und auf dem system verfügbar ist kann er nun gestartet werden und zwar startet man ein terminal mit menü zubehör und terminal und kann dann erst starten mit groß r bei klein r passiert nichts bei groß r gibt es ein begrüßungstext und das größer als zeichen hier vorne bedeutet die kommandos können nun eingegeben werden er ist bereit für kommandos er kann doch wieder beendet werden das steht auch schon hier und zwar mit der funktion klammer auf und klammer zu und soll die sitzung gespeichert werden ja nein oder abbrechen nein soll nicht gespeichert werden also n eingeben das war user paul von open screencast schau und viel glück